Menschen erzählen es immer mal zart, in der Country. Man nimmt es andere mit Spruch und sagt, die Frauen und die Frau, die Kinder, die machen Bilder, pictures. Man tut das in drei Wochen, man tut das, wenn man das nicht macht, dann wird man das auch mal weggestellt. Man tut das auch immer so, man tut das nicht, man kann nicht machen, nein, eigene Sachen. Aber es ist oft gesagt, es ist besonders an einem Tag, man macht es immer, hat er ein Muckern, aber man kann es machen später. Man tut es nicht, man schaut mal die Kleider, das ist kein Problem. Es sind keine Kleider. Sie haben gesagt, ich habe einen Schäden, da haben wir es erst mal die Kleider, und es ist nicht nur ein Schnau, sondern es ist nicht nur ein Gier, das ist nicht nur ein Schnau, das ist auch ein Problem. Das ist von uns. Viele haben hier die Kleider geschehen, aber es ist nur ein Schnau, das ist immer ein Schnau. Viele sind die Schnau, die wir haben, wenn wir die Schnau und die Schnau, die wir haben, die es auch nicht. Es gibt nur noch einen Schabbat, einen Zahnar, einen Kleid, aber es ist sicherlich. Aber der Eiz der Matze für Siemke, in der Stichritannik, ist, wir kommen auch an den Zahn, speziell für den Schroedisch. Wie geht es in der Welt? 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 Ja, ja. Wie geht es in der Welt? Ja, ja. Wie kann man sagen, wie wir auf den Norden Osteem fahren können, wenn ein paar unter anderem eigentlich keine Zeit geht, aber wir sind da, in der Welt einig. Man kann einen kleinen Umfang, wie man zu tun kann, dass man vom ganzen Menschen hier Leute die da, der alles in der ganzen Welt, wenn sich das interessanten Sachen tun, dass es nur noch einmal in der Küche gibt und das nicht ganz normal. Zufall hängt ein paar Hände im Schraub. Jetzt haben wir noch so gemacht. Ganz ruhig. Alle Schrauben und die Schrauben. Jede Sache wird anders. Und man sieht das nicht wie das ist. Man sieht das nicht wie ich an der Pfarrer und die Pfarrer und die Pfarrer. So, das geht nicht nicht. Aber es geht jetzt mal auf dem Pfarrer. Aber bei der Zeit war es auch ein paar Zeit. Es kam immer wieder viel Spannung. Auf Schabbes? Ah, auf Schabbes ist nicht so ein Problem. Oh, es ist schon ein Problem. Es ist ein Problem. Ja, jetzt fragen wir zu sp'ren. Ja, im Zuhf. Die будут hier mit dem Zuhre zu schulieren in der Kaffee, wo man da ist. Wie können Sie das sagen? will Sie den Heiligen Mann? Das ist die Zuhre, der wird mit der Zuhre Im Zuhre, der wird ich weiß, es ist die Art, das war unser Dorf und der Himmel vollkommen, das ist die Zuhre, das ist auch ein Mitz, der didn't das für einen Trin ground. Wenn man hier auf 9 Uhr geht, dann wird man auf 9 Uhr gehe. Das war jetzt am Anfang der Nachbarn, das war das 7 Uhr. Es ist nicht kurz. Aber dann ist das schön, also in der Zeit, wenn es so is es kurz. Aber jetzt ist es noch ein paar Tage, also in der Zeit, dass wir das 9 Uhr machen und wir müssen jetzt mal eine Minute machen. Es ist eine lange Zeit, aber ich weiß nicht, ich mache es weiter. Ich habe mir einen Blick für einen Doppelbüro, aber manchmal kann ich ja in der Nacht machen, ich mache 11.00 Uhr. Es ist gut, ich kann mich nicht verletzen. Wie ist es mit 13.00 Uhr? Ja, das kann man nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind, aber ich kann mich nicht mehr anziehen. Es gibt gerade die Bezügeung des Teichers. Die Bezügeung ist die Bezügeung. Versuchen Sie sich in der Bezügeung? Nein, nein. Ja, ja, nein, nein, nein. Das ist also nicht ein Bezügeung? Nicht so, es ist die Bezügeung. Das ist die Bezügeung. Und das ist die Bezügeung auf die Bezügeung. Das ist eine Muskel. Mit einer ist das Beautiful Whene ist auch jemand, wenn man ein Haus im Winter verabschiedet hat, dann muss man das noch nicht zurecht wohnen. Aber das war vorherige ich, dass man dann im Winter. Wenn man eine Nachwuchs hat, was für viele Menschen, dass die Dinge, die Leute dort und auch zu viele Mütze sind, dass viele Menschen im Winter halten. Viele Menschen sind in der Früh, Ein solches, wie es hier ist. Hier ist es ein solches Schmach. Hier haben wir das Schmach, die die Schmach sind. Die Kauppe ist hier, die Schmach. Die Kauppe ist hier, die Schmach. Die Kauppe ist hier, die Schmach. Nur die Schmach werden mit der Schmach. Hier werden die Schmach werden. Dann wurde ein solches Schmach. In der Kirche war es wohl kein Begrüß, eine Überprüfung von dem Beginn. Dein Kindes auf dem Weg hatten wir auch Panen. Natürlich macht es nur kleine Kinder, auch nicht zu sein, aber die Kinderanken auch daran müssen. Sie schlugen auch ein Begrüß bei ihnen. Wie viele Kinder sind nichtpannt, weil er nicht so viel auf den Beispiel hat, sondern man kann sich mal beachten. es der eine Angelegenheit. Sie sind aber auch die Ehren von einem Nichtregen von der Ganes. Die Ganesh, die jungen Götl behandelt. Oh, ich bekomme die Geschickraine. Er betrifft eine ernst, in S.J. und Schm archiert sind. Sie werden die Übel im Leben erhalten. Man kann dies nicht sicher sein und neben ihm. Man kann es natürlich nicht, dass die Kinder sagen. In S.J. das ist mein Schmach der Gäste zu verletzten. Die Kinder sind ungewaschen, ungescheuert, sind immer von einem Taten. Bei meiner ist es die selbe Sache dumm, die innen von dem Waschen sind viele kleine Kinder. Ich mache so ein wenig mit drei, und Mama ist gut kleiner. Aber ich mache das nicht, aber anders machen wir das. Als Scheid im Gehälder oder in der Mutter, die Kinder halten, ein Tochen, Pampeln, waschen, waschen, waschen. Ich mache so, dass die Kinder nicht nur wegen dem, wie sie es tun kann. Das ist ein Wachstum, aber wenn es nur ein Wachstum gibt, dann wird die Kinder auch etwas tun. Das ist das Wachstum, wenn es nicht so ist. Wenn die Kinder zu schaubern, die Kinder zu schaubern, dann wird auch viele kleine Kinder auch etwas tun. In der Unterweilung, die neuen Wachstum beginnt, die in der Schabbes, die in der Schabbes, Die haben sich nicht so gehalten. Wenn sie nicht so gehalten hat, dann hat sie auch ein Problem. Und danach haben wir auch noch nach. Als ich dann hatte, dass wir die Reise aufgefahren sind, haben wir es mit uns gehalten. Und dann waren wir es in Wetter und bei ihnen ein kaltes Wasser. Und dann haben wir es auch einen Wetter. Und dann haben wir es auch noch was. Aber wir haben es auch noch nicht. Aber wir haben es nicht. In Köln-Geräusern war es noch mal ein Wetter und es war es auch noch nicht. Ich mache das heiße Mikro. Ich mache das heiße Mikro. Wenn die Menschen schauern. Sie können schauern. Ich mache das mit. Ich mache das mit. Ich mache das mit. Es ist ein bisschen warm. Aber ich muss es auf den Weg. Aber wenn es die Menschen ist, wenn es die Menschen ist, wenn es die Menschen ist, dann kommt es mit der Arabische Kirche. Und wenn sie viele Menschen sind, dann kommt es mit dem Anblick. Ich mache das mit dem Anblick. Aber ich mache das mit. Es ist eine sehr große Sache. Wir wissen, dass es die Menschen ist. Wie viele Leute sind, die Menschen sind. Aber es gibt andere Fragen. Es gibt eine Frage, dass das Leben ist. Ich habe das Leben gemacht. Ich habe das Leben gemacht. Nein. Nein, das ist ein ganzes Anbet. Ich bin ein Teufel, das ist ein Mekker. Wenn er sitzt in Lathanoa ist, ist es ein Gericht. Ja, das ist ein Teufel. Aber ich bin ein Teufel. Ich dachte mir, ich habe die heiße Mekkers. Ich habe die Strip. Ich habe die Erschkennese. Drei Mekkers. Heiß, warm und kalt. Ganz schön. Das ist auch. Das ist auch schön. Ich muss Tom mal am Mekker sein. Aber ich mache mir ein paar Sachen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe die Aufmerksamkeit. Ich habe ein paar Sachen ausgeholt. Wie hat es mit der Art? Ich habe das angetan. Ja, genau. Wir haben das angetan. Das ist angetan. Wir haben das seit 30 Jahren verliexicht. Wenn es nicht so war, wir haben die Aufmerksamkeit. Wir haben das angetan. Ich habe das angetan. Ich bin ein paar Jahre alt und noch mit der Art. Ich habe diese Abner in Leere gelegt. Ich habe das angetan, wir haben das angetan. Ja. Ich habe gar nicht alles gelebt. Das ist ein Bericht über eine Enige Sache. Ich fühle mich noch an, dass ein Mensch, das gerne für vier und beide, weil es am Eintrum getroffen ist. Einer bringt sie ein mit der Krönung. In der Schweiz war es, ich weiß nicht, dass ich auf den ersten Tisch gebaut habe. Mama ist noch nicht in der Tisch gebaut. Ich habe mich gefragt, ob ich mich gefragt habe. Ich habe mich gefragt, ob ich das Geld verdient. Ich habe 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 das Geld verdient한 Schatz nicht alles. exams. Das ist nie ein Problem. Hier ist der Punkt. Ich schLA Pretty für das Geld. Ich spiele das Omk diesem Errechen Licen som regelreizei Kullgief. Viele Euro-Shabes nicht geliehen, sondern auch Kullgief sind simper aus dem Geb jest. Die Gewinner sind so, dass die Begegen sind und nicht in der Zempel. Dass es dann keine Reise geht, sondern nicht viel zu Frei. Die Begegen sind alle die Begegen der Himmel verabschieden. Also einfach nicht in der Nähe der Himmel, die die Begegen sind, die zu sehen ist das auch wenn man die Begegen der Himmel verabschiedet. Das ist die Umgebung der Hinweis der Begegen der Himmel. Wie man sagt, ihnen ist das Geheimen zu sehen. Aber bei der Masse ist es, dass wir mit Michael die Schabbes auf den Medzayef machen können. Und dann machen wir mit den Zählern. Oder, wenn wir alles geben können. Oder Medzayef. Und nicht heiß. Ein weiterer. Ein weiterer Punkt. Michael hat den Schabbes auf den Schweiz. Das war die ganze Woche. Wenn ihr euch da seid, dann geht's um einen Tag mit Maikl. Also hat uns ein Tag mit Maikl. Aber es gibt keine Ahnung, dass wir mit dem Besslopfen einbringen können, dass sie dort eine Frau vom Brust sehen können. Aber wir haben noch einmal gesagt, wenn wir mit dem Besslopfen und mit dem Besslopfen dann kommen wir mit dem Besslopfen. Die Besslopfen ist mit dem Besslopfen. Und das ist ein Besslopfen. Wie ist das? Es ist so, wie ein Mensch will seine Eier steigen, wenn sie fällt ihm aus. Aber nicht jeder Mensch kann sagen, dass er Eier ist. Er sagt, dass er immer seine Eier ist. Er sagt, dass er immer seine Eier ist. Er sagt, dass er immer kaum ist, wie er steht. Er sagt, dass er viel bei ihm kippt. Ja, und dann noch eine Sache. Wir können ein bisschen feststellen. Wir haben in der Mannschaft einmal, dass er frei ist. Er sagt, dass er viele Menschen ausfasten müssen. Es gibt keine Eier. Er sagt, dass er auch in der Mannschaft nicht macht. Es gibt keine Eier ist. Er sagt, dass er eine Eier ist, in der Mannschaft nicht Maimsch. Das ist eine Entscheidung der Menschen. Es ist nicht mehr, wenn er aus dem Eier ist. Aus dem Eier, das wir schicken. Die Menschen dort stehen, die Kinder mit der Meichel sagen. Die Kinder, die sie alle prägen. Dahercerckt haben sie das, dass sie mich nicht mehr durch. Wenn die ein Zahnar Taunen und das auf dem Eier kam. In der Bibel, der Bihach, der beiß. Der Zweite-Jerah Shabbat auf dem Sammuddeh war. Ja, das ist ein Erf Tisha-Bav. Das ist ein bisschen der Habe, nur, wenn wir mal sagen, bei Kaffee, wenn es selbst bechamen, er bringt einen Prämier-Hudam, aber er hat sich leider, dass er ein Zeichen der Pfarrer hat. Das ist anders, dass er Tisha-Bav hat. Das ist Erf Tisha-Bav, noch hat's. Das ist noch ganz nicht schwierig. Nein, das ist nicht schwierig. Das ist auch. Was ist Tisha-Bav? Schabes ist bei Eten Tisha-Bav. Man fasst nicht. Aber es ist bei Eten und Mahmert Tisha-Bav. In Eten, noch mal später, auf der Wurzigen Bezin, auf der Jahrhundern, das ist ein Thema der Wurzigen. Und dann haben wir die Prämier-Hudam, in der Südde, die sich bei Eten und Eten beklagen. Und es ist auch, dass ich die Kaffeele, auch wenn ich jetzt weiß, wie ich das mache, aber ich bin mir auch, wie ich die Prämier-Hudam, aber ich werde die Kaffeele, und ich werde die Kaffeele, dass ich die Kaffeele waschen, in der Zweiten, in der Erf Tisha-Bav. Ich meine, auch die historischen von Neu-Hat-Sais erf Tisha-Bav. Ja. Es ist eine Möglichkeit, die Menschen zu lernen. Die 2. Shabbos, wenn sie das machen können, dann machen wir einen 2. Blatt. Aber in diesem Schabbat, er ist eine Art und Weise, die Menschen in der Tishe, wenn sie nicht in diesem Schabbat sind, aber für eine gute Mazzat, wenn man sich nicht in der Tishe zu machen kann. Wir müssen uns weiterführen und wiederholen werden. Das heißt, wir müssen uns so viel zeigen. Wir wollen das, dass wir das mit dem Schaunsch und dem Zuhren in Malbisch bewegen, dann können wir das, die Schaunsch und dem Zuhren in Malbisch bringen. Aber wir haben ja auch mit den Zuhren, die wir bei einem Mitzwah waren und die anderen sagen, Menschen sagen können, wir sagen, wenn wir mit dem Zuhren gehen, die wir nicht mit dem Zuhren in Tischeberg waren, der wir mit dem Zuhren wiederholen können. Also, wenn jemand so, auf der Seite geht es, wenn er auf der Seite macht, ist, dass er nicht so groß ist, aber wenn er in die Zeit war, dann geht er etwas mehr. Aber auch wenn er sich mit dem Schachioon zu tun, ist, dass es ein Leben langweiliges ist, dann kann er sich mit dem Schachioon ein Leben langweiliges ansehen. Es gibt es eine Zeit, die Zeit hier ist, wenn es ist, wenn er das Zeit nicht mehr ansehen kann. Aber wenn er sich mit dem Schachioon in der Gesellschaft, damit sie die AWD'ung geben können und dann in der Gesellschaft ein Laust uns auf dem Schabbos einlegen, wie sie die Zitatgeleidigen haben. Sollte man nicht das Schabes machen, utan man immer einen Schabbos machen kann, aber in meiner Sicht war es nicht so, dass die Zitatgeleidung der Menschen in derrage haben und die Menschen, die man heute wissen , in der Gesellschaft viele Schabbos Das war eine gute Idee. Wenn du dich in einem Schabbat mit dir verbunden bist, dann hielten mich in die Sache, die Menschen in der Nähe des Schabbes oder die Schabbes. Wenn du mit mir selbst bist, die ganze Zeit mit den Schabbes bringt, in der Zeit der Schabbes, die Menschen in der Nähe der Schabbes, bringt, in der Nähe, dann kommt die Schabbes, und dann kommt die Schabbes. Und die zweite, die ganze Zeit der Schabbes, die Menschen in der Nähe des Schabbes, wie er es zum Schabbos macht. Der Schabbos ist es zu den Schabbos. In der Schabbos ist es zu den Schabbos, wo es ein Schabbos ist. Weil der Schabbos ist kein Schabbos, wenn es nicht nur Schabbos gibt. Es gibt noch einige Dinge, die ich habe gesagt, dass er zu den Schabbos ist. In der Schabbos wurde sie zum Schabbos Die Schleusche, die Pernisse, haben wir auch die Testung, der Zweite Schabbos. Aber in der Masse, wir haben auch die Pusht, die sind in der Hand, wenn wir die Pintra-Kiehe, die sind noch ein paar. Wo ist es noch ein paar? Das ist doch nicht so. Das ist ein paar Sachen, die Geschehne sind. Aber in der Masse, wir haben, wie es heißt, die Pusht, aber in der Masse, So, wie gesagt, ich habe es mir gesagt, ich habe es mir gesagt, ich habe es mir gesagt, dass ich meine Brüder war. So was das, wie ist Rebe Lakor? Ja. Du hast immer noch einen Giuse. Ja. Du hast immer noch einen Giuse. Ja, wenn du dir interessant bist, dann wir da mal einen Giuse. Ich bin's. Ich habe mich nicht mehr als der Schachioon. Ich bin ein Mann und hab das Kind. Ich werde mich nicht mehr als das. Also, ich verstehe die Menschen, dass es nicht mehr ist. Wenn sie die Schachioon sind, dann können wir uns auch sagen, Sie sind ein Geist. Wie? Also, dass ich die Schachioon hab. Ich weiß nicht, denn ich habe die Schachioon. Aber wenn ich die Schachioon hab, dann sind wir die Zeit. Ein Mann an. Ich hab mich mit dem einen Kupf, wenn ich dich wiederhole, ich habe einen Sitz an den Schabberg, ich habe einen Sitz, sie gibt einen Sitz. So würde ich mich corporationschern dann darf ich mich einmal am besten zu machen. Ich habe mich über die Schule, auf einen Tag herzustellen, wobei ich mir eine Nacht eröffnen und ich muss euch verle thứten etwas verankert. Dann kann ich die Nacht hin So, ich habe es mit ihnen nachher.